Musik 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 Ha, da hast du mein Pferd noch nicht gesehen. Ich weiß, ich antworte jetzt recht spät, aber mir fiel nichts besseres ein. Schneller. Musik Och, geht so. Wir haben zumindest Spaß. Junge. Hallo Adlige. Hallo alter Mann. Hallo äh, Betrunkene. Du hast Sternlingsstarken aufgenommen. Jetzt stell dich sicher. Erinnerst du dich an mich? Ach, ich hab dir Geld lang geliehen. Wow. Das muss so geil sein, hier Auto zu fahren. Ah. Ah. Mann, Mann, Mann. Diese Geräusche immer. Könnt ihr hier kein normales Stadtleben führen? Das geht ja auf keine Kuhhaut. Ui. Und ausschlafen. Und ausschlafen. Und ausschlafen. Ausschlägen. Och, wie dämlich, ne? Jetzt renne ich dem gelben, äh, jetzt renne ich hier dem Weg gedöhnt hinterher. Dabei will ich doch zu dem doofen... Ja, jetzt bin ich schon ganz weit weg. Da will ich hin. Ja, ich hab's eilig, Junge. Mach doch Platz, wenn der Hexer kommt. Oh. Ich glaub hier ist ne Sackgasse. Ach so. Kann man nicht trauen. Was können die armen Hunde dafür? Ähm. Ich war erst beim Barbier, ja? Ich hab mir diese Frisur ausgesucht. Ich seh aus wie Zorro der Weiße. Sei gegrüßt. Also, bitte, keine... doofen Sachen, ja? Bitte. Hilf mir, hilf mir. Jeder ist hier am labern, ne? Und will irgendwas. Oh, Entschuldigung. Kommt mal einer zu mir und sagt Dankeschön. Hier hast du tausend Kronen. Einfach nur mal so, weil du nett bist. Hier findest du keine Arbeit. Oh. Das weißt du nie. Ich hab sehr gute Qualitäten. Ne Schwertkampf-Ausbildung. Ja. Da hab ich sogar ein Zertifikat für. Die Abschlussprüfung mit... 2 an... 2,5 bestanden. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, sorry. Ups. Gut, jetzt bin ich hier bei meiner Markierung. Äh, wo ist denn der Schmied da? Da ist immer der Waffenschmied. Hier, wir müssen, glaube ich, zu dem Rüstungsschmied nämlich. Schöne Melodie. Kann ich mal mit deiner Armbrust schießen? Um die Mitglieder des Freundeskreises der Geschichte von Toussaint zu ermorden. Bürger! Nehmt euch vor der Historie und vor Elfen gleichermaßen in Acht. Und vor Steinen. Behauen oder unbehauen. Denkt an das Massensterben auf der Rhin-Almar. Herr Ritter, hüte dich vor Schuppen. Lüpfe den Helm mindestens einmal täglich, um Hautkrankheiten vorzubeugen. Okay, das waren die neuesten Hausregeln hier. Ach, scheiße, das war er. Wir müssen zu dem anderen Schmied. Der versteht ja die Schemas nicht. Oder Schemata. Äh, hier war noch ein anderer Schmied. Das ist ja auch nur ein Rüstungsschmied. Wir gehen erstmal hier zu dem Waffenschmied. Nö, 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 nö. So, so. Halt Rüstung. Hier sind Waffen. Der beste Stahl, Toussens. Sieh nur selbst. Kannst du etwas für mich anfertigen? So, Silberschwerter. Meisterlich. Na gut, ich brauche natürlich das Schwert davor. Gucken wir mal, was wir davon herstellen können. Gar nichts. Schön. Was ist denn mit dem Katzensilberschwert? Das können wir herstellen. Sehr schön. Machen wir. Dann können wir herstellen. Dann können wir herstellen. Verbessertes. Dann können wir herstellen. Meisterlich gefertigtes? Nein. Überlegenes. Dann können wir meisterlich gefertigt. Sehr geil. So. Das ist sehr gut. Äh, hat uns das jetzt was gebracht? Ich glaube nicht so. Meisterlich gefertigtes Katzensilberschwert. Ja, das hat halt die ganzen Boni, ne? Und ist Hexerausrüstung und so. Und Pipapo. So, wir handeln mal. Dann haben wir das zumindest schon mal hergestellt. Ach du Scheiße, was... Na egal, wir kaufen jetzt nicht irgendwas. Sondern... Wir gucken mal... Was er so herstellen kann. Beziehungsweise, was brauchen wir denn für die Rüstung? Ah, das kaufen wir bei dem anderen, oder? Ja, wir kaufen die, die... Sachen... Wir stellen die Sachen mal bei dem Schmied her, der uns auch die Rüstung herstellt. Dann haben wir alles aus einer Hand. Und ich denke, der gibt uns auch bessere Preise. Weil er sich ja freut über die Schemata. Über die Schemen, Schemas, Schemata. Hier. Ne, der ist das gar nicht. Das war der hier. Wir müssen doch zu dem an der Ecke. Wir müssen doch zu dem anderen. Wir müssen doch zu dem anderen. Wo war denn der? Ich glaube, wir müssen doch zu dem anderen... Ich glaube, das war der hier. Aber wir haben nur die beiden Rüstungsschmiede hier. Und wir sind vorher... Ja doch, das muss hier sein. Oh, dass unsere gnädige Herren... Er bin so zuverlässig. Aber das sieht irgendwie anders aus. Ja, ja. Ah, ist doch er. Ich lege mir eine Kopie an. Das ist gut. Das bringt mir endlich den Titel des Großmeisters ein. Ich danke dir, Hexer. Kein Thema. Kein Thema. Kronen 500. Noch was? Ne. Würdest du etwas für mich anfertigen? Gut, dann schauen wir mal. Also, wir möchten... Erstmal fangen wir mit den Handschuhen an. Ja, machen wir. Wir nehmen erstmal die Katzenhandschuhe. Dann machen wir die... Verbesserten Katzenhandschuhe. Dann machen wir überlegene Katzenhandschuhe. Dann machen wir meisterlich gefertigte Katzenhandschuhe. Und für die Großmeisterkatzenhandschuhe brauchen wir... Angereicherte... Schleimlinghaut. Und angereicherter... Dimeriziumbarren. Mal gucken, ob er was herstellen kann in die Richtung. Handwerkszutat. Angereicherter... Schleimlinghaut kann er herstellen schonmal. Das ist schonmal gut. Wie viele brauchten wir davon? Einen nur. Okay. Angereicherter... Dimeriziumbarren. Okay. Ähm... Handwerkszutat. Und... Wir brauchen zweimal angereichertes Dimeriziumerz. Davon können wir herstellen. Ui, reichlich. Wir brauchen zwei. So. Dann können wir davon einen herstellen. Oh, und dann haben wir schonmal die... Richtig tollen... Handschuhe. Jawoll, ja, sagt die Olga. Sehr schön. Äh... Jetzt, da wir die Handschuhe haben, können wir uns um die Hose kümmern. Katzenhose herstellen. Dann die... Verbesserte Katzenhose. Überlegende Katzenhose. Überlegende Katzenhose. Meisterlich gefertigte Katzenhose. Ähm... Großmeister Katzenhose. So. Wir brauchen wieder... Dasselbe. Okay. Handwerkszutat. Davon brauchen wir zwei. Also erstmal stellen wir das her. So, und jetzt müssten wir die herstellen können. Katzenhose... Wo ist denn Großmeister Katzenhose? Hier. Ach, uns fehlt die Platte. Scheiße. Scheiße. Die Platte. Dafür brauchen wir... Die Meritiumbarren. Dafür brauchen wir... Das Erz. Brauchen wir dafür schon zwei. Alter Schwede. Also zwei die Meritiumplatten. Nein, nicht die Handschuhe, sondern die Hose. Jetzt müsste das aber gehen. Großmeister Katzenhose hier. Jawoll, auf geht's. Schön. Äh, 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 äh. Dann brauchen wir... Ähm... Hose haben wir. Jetzt kommt die Rüstung. Katzenrüstung. Dafür brauche ich immer noch das Hemd. Können wir das... Können wir nicht bei ihm ein Hemd kaufen? Ein Hemd hat er. Wunderbar. So, wunderbar. Dann... Äh, Handschuhe. Oberkörper. Hier. Katzenrüstung herstellen. Verbesserte Katzenrüstung. Überlegene Katzenrüstung. Ah, es wird immer teurer, ey. Mano. Ist aber hoffentlich das teuerste. Das ist... Damit es gleich billiger wird. Großmeister Katzenrüstung. Das können wir alles bei ihm kaufen. Sehr schön. So, dann können wir gleichzeitig was verkaufen. Was ist damit? Aha, gehört mit zur Rüste... Äh, hier, hier. Hexerausrüstung. Ähm... Das verkaufen wir mal hier. Weg damit. Weg damit. Das geht leider nicht zu verkaufen. Meisterlich gefertigte Katzenrüstung. Toussaint, Offiziers, Herzogs, bla bla bla. Toussaint, bla bla bla. Großmeister Katzenhose. Was wäre die wert? Gar nichts eigentlich, ne? 135. 35. Und hier haben wir Großmeister Katzenhandschuhe. Und die Hose. Okay. So ein bisschen Cola haben wir schon wieder gekriegt. Ähm... So, genau. Wir wollten was beim Kaufen. Ich hab schon wieder vergessen was. Wir wollten kaufen für die Großmeister Katzenrüstung. Wir brauchen zweimal Schleimlinghaut. Und zweimal die Platte. Das können wir doch noch herstellen. Zweimal Schleimlinghaut. Zweimal Platte. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Eins. Zwei. Achso. Aber wir brauchen zweimal Erz. Und wir brauchen aber zwei Barren. Oder Platten. Oh, nicht, dass ich jetzt das falsche nehme. Großmeister... Ey. Oberkörper wollen wir. Großmeister Katzenrüstung. Hier. Wir brauchen zweimal die Platte. Zweimal die Platte. Gut. Die hier. Da brauchen wir viermal den Barren. Da brauchen wir viermal das Erz. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Eins. Zwei. Eins. Scheiße. Wir brauchen die zweimal, oder? Ups. Verklickt. Ich glaube, die brauchen wir zweimal. Ja, natürlich. Ah, ist das teuer hier. So, nochmal. Wir brauchen zweimal Barren. Nochmal zweimal Erz. Eins. Zwei. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Eins. Eins. sehr gut sehr schön dann können wir jetzt die Großmeister Katzenrüstung bauen geil, das teuerste glaube ich hoffentlich vom ganzen dann haben wir Oberkörperhose Handschuhe Stiefel so Katzenstiefel herstellen ähm verbesserte Katzenstiefel herstellen überlegene Katzenstiefel herstellen äh meisterlich gefertigte herstellen äh Großmeister Katzenstiefel wir brauchen einmal Quitsch und einmal Quatsch okay das können wir direkt herstellen so aber noch einmal die Platte kann ich okay wir müssen ein Barren kaufen was kostet der oder reicht das wenn wir Erz kaufen ne wir müssen doch hier was kaufen von dem Zeug wir können nämlich nur ein herstellen wir brauchen wir brauchen aber boah alter also wir brauchen eine Platte das heißt wir brauchen wie viele Erze davon brauchen wir zwei das heißt wir brauchen vier von den Erzen vier Erze boah ich mach das on the fly glaube ich ich kann jetzt gerade nicht Kopf rechnen so eins handeln jetzt brauchen wir das Erzzeug das müsste das hier sein oder ne wie hieß das noch er hatte sechs davon auf jeden Fall ich gehe nochmal zum Handwerk Handwerkszutat achso rechtsklick kaufen ah nice sehr gut darf er noch ein dann können wir den herstellen so wir brauchen das aber das ganze nochmal so für das Erz erstmal von jedem ein eins zwei drei ich glaube uns fehlt gleich die Kohle um das herzustellen dann müssen wir irgendwie farmen und nochmal eins zwei drei herstellen finde ich reicht das Geld noch um wenigstens alle Zutaten ja sehr schön ich glaube wir haben jetzt nicht genügend Geld für die hier nicht genügend Münzen wie viel bräuchten wir 936 alter wir haben 25.000 ausgegeben ist aber nicht schlimm wir werden jetzt nämlich äh was machen wir Quests müssen wir machen ne komm wir gehen mal erstmal unsere ach wir haben doch noch die ganzen Floren die müssen wir nochmal umtauschen wo ist die Bank wo ist die Bank 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 Tavernenwirt Kamera Händler wo waren die Bank nochmal ist nicht eingezeichnet das heißt wir müssen sie suchen hallo wo würde ich mich verstecken wenn ich eine Bank wäre schubidubidu schabadabada er hat gute Laune oh da ist die Bank ja schon geil mal gucken ich hab nämlich noch nie Geld umgetauscht jetzt seit wir das hier spielen ja ist gut ich muss tagsüber nochmal komm 12 Uhr gar nix ganz einfach ich muss Geld wechseln 1520 geil das reicht für für die schuhe was haben wir hergestellt für die Schuhe genau das reicht für die Schuhe ist das schön laufe ich richtig ich glaube ja ich glaube dass ich richtig laufe wieso fürchtet die Herzogin ihn nicht massaker im hause die Ronde Savarin hallo sei gegrüßt stell nochmal was her bitte würdest du etwas für mich anfertigen natürlich yeah wir haben hier ein bisschen Geld ähm Stiefel Großmeister Katzenstiefel Gegenstand herstellen jo yes wir haben glaube ich alles außer die Stahlwaffe Katzenstahlschwert fehlt noch alter Vater ey das Stahlschwert müssen wir nochmal herstellen dann haben wir tatsächlich alles guck mal wie viel Kohle der Typ jetzt hat einfach nur von uns das werden wir uns alles wieder zurückholen danke 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 viel Glück auf dem Weg ähm so wie sieht das denn überhaupt aus yeah geile Sache wollen wir das noch anziehen nice das hat zwar mehr Schaden aber ganz ehrlich einfach nur weil wir es haben ziehen wir das an was haben wir hier Chance auf einfrieren das klingt doch gut knallen wir da mal alles rein so schön ich freu mich ich freu mich ziemlich ähm Rüstungsslots Axi Axi Art Irden Irden Art na komm wir knallen da einfach mal alles rein was wir noch hier liegen haben so so und Gwen kommt da auch nochmal rein alles klar dann haben wir alles soweit erledigt schön das sieht doch richtig gut aus Tag der offenen Tür ah ich dachte gerade schon der transsexuellen Tag der offenen Tür beim Orden der Tran ins atlantischen Zusammenschlüsse so gucken wir mal was haben wir noch so an Nebenquests ähm Hexeraufträge Großwildjäger Rinderwahn ja das kann man alles nochmal machen Nebenquests Weinfäden ein Porträt des Hexers als alter Mann zack gegen Mittag haben wir noch ne ja es ist Viertel nach 10 äh Viertel nach 12 das heißt auf geht's ja lassen wir uns erstmal malen dafür gibt's ja auch nochmal Kohle und wir haben gerade viel Geld ausgegeben wir haben gerade mit Geld um uns geschmissen wie ja wie nix eigentlich oi ich bin eigentlich ganz nett hoch ui schön im Nachthemd hallo ich habe kein Nachthemd an das ist eine Katzenschulenrüstung ja welchen Setboni haben wir eigentlich welchen Setboni haben wir eigentlich müssen wir ins Inventar ne wir haben schon durch starke Angriffe wird der Schaden von schnellen Angriffen 5 Sekunden lang um 10% pro Ausrüstungsteil des Sets erhöht derzeitig 40% das kann sich doch sehen lassen rückwärtige Angriffe verursachen 50% weniger Schaden äh mehr Schaden und betäuben den Gegner zum Preis von 1 Adrenalin Punkten das ist der der Hit ehrlich das ist richtig gut guck mal die Sachen die wir hier haben die sind sogar ein bisschen schlechter so von daher haben wir einen guten Tausch gemacht dann können wir die schwarze Rüstung bei uns ausstellen und mit der Katzenschulenrüstung rumrennen und wenn ich den angucke Perfektomat ich habe immer schon davon geträumt hier gibt es nichts zu sehen weiter gehen das ist 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 das